Musik Kann man es nur wahrlich vorstellen, wie schön es wird sein, wenn ich meinen liebenden Gott mit eigenen Augen sehe? Aber aus eigener Kraft könnte ich es nie dorthin schaffen. Nur Jesus hat die Macht, um mich zurück zu Gott zu bringen. Drum bete ich ihn an. Ja, ich bitte dich an, ich bitte dich an. Er gab sich hier und in dem Tod, und Kreuz schlug man nie den wahren Gott, der sich selbst liebt, weil er uns liebt. Was für ein Gott.